Sind Sie gut angekommen im neuen Jahr? Wenn Sie darüber hinaus auch gut weiterkommen wollen, was Ihre persönliche Karriere betrifft, lade ich Sie ein, bei meinem Webinar dabei zu sein. Erwarten Sie 30 kurzweilig informative Minuten rund um die Karrierechancen in der Immobilienvermittlung. Sie lieben Menschen, Sie interessieren sich für Immobilien, dann sind Sie genau richtig bei der Nummer 1 der Immobilienvermittlung. Und ja, Sie sehen es hier im Hintergrund, die Zeit läuft, deshalb machen wir das Beste draus. Schön, wenn wir uns sehen, ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen ein fulminantes 2021.